Grüß Gott in der Liebnissehase Steuerer, Natur im Garten Wien. Wir haben jetzt Herbst, November und da stehen einige Arbeiten an im Garten. Zum Beispiel wäre es gut, die Hochstammrosen einzupacken. Da gibt es in diversen Fachmärkten Hilfen fürs Einpacken und sollte zusammengebunden werden und schön verpackt, dass die Lieblinge gut über den Winter kommen, falls es wieder kalt wird. Dann wäre jetzt das Laub von der Wiese wegzubringen, aber im Garten belassen. Nicht auf den Mistplatz bringen. Dann, wer noch keine Frühlingszwiebeln gepflanzt hat, hat jetzt noch die Zeit, Tulpen, Narzissen, Krokus in die Erde bringen. Man kann auch jetzt den Baumanstrich machen. Der ist für die Bäume ganz wichtig, damit es keine Frostrisse gibt. Also den Stamm gut einstreichen mit der speziellen Farbe. Und gut ist auch, wenn kahle Flächen im Garten sind, die abdecken mit diversen Mulchmaterial. Weil der Boden im Garten sollte immer bedeckt sein. Viel Spaß mit Herbst retten. Führt gut!